Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Jetzt Willkommen zurück zu Resident Evil 5 mit auch wieder der Lizzie auf... Oh, da war alles weg. Ja, ich denke mal, du hast eben gerade erklärt, eine Folge gibt's bei mir nicht. Ja, ich hab gesagt, auch wieder auf deinem Kanal. Auch wieder auf meinem Kanal, ja. Es tut mir leid, da muss eine Folge halt ausfallen. Es hat nicht geklappt. Ich war zu doof, auf einen Knopf zu drücken oder keine Ahnung was. Es fehlt eine Folge. Oh, ja. Und ausgerechnet die Spannendste, so ungefähr. Ja, die mit dem coolen Riesen-Riesen. Hm, Schätze haben wir keine gefunden, ne? Hab ich überhaupt Geld? Ne, also ich hab kein Geld von mir, das können wir loslegen. Ja, wir haben ja auch nichts gefunden, auch keine Schätze oder sowas. Richtig. Ja, ich bin fertig. Ich bin auch fertig. Aufnahme läuft auch noch. Sehr gut, immer mal wieder rübergucken. Kacke. Achso, verlassen. Ja, natürlich. Lade vor. Was ist das, was du mit deinem Blatt? Jill und ich haben einen Mann in Daubert, Wesker. Wesker. Er war ein Top Official mit Umbrella, der Leader unserer Starz-Unit. Ich kennenzuliere ihn wieder nach dem Raccoon City-Incidenten auf Rockford Island. Seitdem, wir haben ihn versucht, zu schützen. Dann ein paar Jahre später, wir haben einen Tipp von einem Reliabel-Source. Die woher von Umbrella's Founder, Oswald E. Spencer. So we paid him a visit, hoping he'd lead us to Wesker. Wesker. Verw icke mich. Verw icke mich. ARD Text im Auftrag von Funk No! Let's finish this. No! Jill! Jill! Jill's body was never found and she was presumed dead. The person I saw in that data looked like her. I have to know if she's still alive. You two were close. We were partners. What about you? Why'd you join the BSAA? My parents were involved in an accident caused by a pharmaceutical company when I was young. Marilla? Yes. I only found out later that the accident was to cover up the manufacturing of biological weapons for terrorists. They were using Africa as a testbed for their experiments. Bioweapons were responsible for the deaths of my parents. And someone has to pay for that. So you joined the BSAA? There's only so much one person can do. Even a superhero like you. I'm no superhero. But together, we can end this. Then let's make a stand for our fallen brothers. Hang on. Hang on. How are you doing? How are you doing? Together forever… Spencer gründet gemeinsam. Was macht das? Sind wir hier in Resident Evil 7 jetzt gerade? Sind wir… Ich weiß gar nicht mehr wie die hießen. Wie die hießen. RE7. Warte mal, hab ich ein erste Hilfespray? Soll ich uns mal gerade heilen? Lass uns doch erstmal eben... Ja, kannst du machen, aber wir können ja auch gucken, was wir noch kriegen. Oh, da liegt schon wieder was. Ich heile mich jetzt erstmal, ja. Okay. Bei den Boas sind nötig, ey. Ja. Boas sind nötig. Oh Mann, ich ärgere mich so wegen der Folge. Tafel der Bestie. Wow. Die Folge war so gut. Wie, die Blümchen pflücken? Nein, ich kann mit den Käfern nehmen. Einen braunen Käfer. Wann die Blümchen? Die Leite eines BSA-Agenten, eine Tragödie. Im PDA ist eine ungesendete Nachricht. Okay. Bericht. Bericht. Nein! Soll ich dieses Mal? Ja, du liest bitte. Die bisher gesammelten Beweise sprechen dafür, dass der Großteil des Delta-Teams ausgelöscht wurde, nachdem es Verstärkung angefordert hatte und bevor wir das Gebiet erreichten. Eines ihrer Signalstationen... Was? ...eine ihrer Signalstationen übertrug weiterhin ein Signal, sodass wir uns... ...schritt machten, um nach Überlebenden zu suchen. Während wir unterwegs waren, ließ das Signal nach. Der letzten Aussendung nach zu urteilen, müsste sich die Signalstation direkt vor uns befinden. Unser Weg wird durch ein versperrtes Tor blockiert. Ein Eindringen ist wahrscheinlich schwierig. Ende des Berichts. Das war ja schön kurz und knackig. Mhm. Toll. Erstmal hier die ganzen Sachen hier kaputt machen. Stammes Insignien, sozusagen. So, ich untersuche das mal. Es ist fest verschlossen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt... Okay. Das heißt, wir machen was genau? Können wir irgendwo anders hin? Können wir wieder fahren? Komm, wir steigen ins Boot. Ja, was? Ah, können wir da einsteigen? Haha. Komm, wir fahren wieder. Okay. Wir gehen. Wir gehen. Reicht mir. Tauschen. Ach, ich muss fahren? Du musst schießen. Ich kann beschleunigen, was? Nein, nein, ich. Okay. Ja, dann fahr du mal. Ich kann kaum was sehen, so schnell wie du fährst. Bremsen und rückwärts fahren kannst du auch? Kann ich mich hinsetzen? Ich habe ein bisschen Angst bei der Fahrweise. Nee, ich will die Position nicht tauschen. Danke. Wow. Wo müssen wir überhaupt hin? Weiß ich nicht. Musst du da die Karte anmachen? Ja, du fährst schon richtig. Da müssen wir hin. Wir müssen irgendwie hier anlegen. Stopp. Langsam, 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 langsam. Alles gut. Hättest du nicht... Ja, okay. Automatisch. Gott sei Dank. Nee, das habe ich alleine gemacht. Ja, ja, klar. Ich wollte nicht die Campen, ich wollte die Map da ausprobieren. Einsetzen. Was hängt da? Die Tafel, der Beste wurde eingesetzt. Da brauchen wir aber noch eins, zwei, drei, vier Stücke. Boah! Sie haben die Karte zu den Tafeln erhalten. Ah! Oh! Ach so! Alles klar, das heißt, wir können wieder weiterfahren. Und müssen die anderen noch einsammeln. Ja. Okay, ich habe wieder anmachen. Ne? Alles klar. Hoberts! Nicht so schnell, nicht so schnell. Mein nobles Ross war auch schon. Nee, du musst hier irgendwie rein. Du musst hier reinfahren. Ja, mach ich doch, ganz ruhig. Boah, mir fährt sie krank. Alles im Griff. Na ja, gut, wenn du das sagst. Guck mal, haargenau geparkt. Mmh, hervorragend. Erstmal wieder hier alle Kultobjekte zerstören. Ja, total, ich schäme dich richtig. Oh, hier ist was zu lesen. Ja, dann lies mal. Jetzt bist du dran. Ah, Handgemenge. Was? Hä? Mit F gerade. Durch Schießen auf den Gegner können sie vorrücken und ihn direkt bekämpfen. Was? Das geht? Hä? Schusswaffenloge Nahkampfattacken sparen Munition und richten schwere Schäden an. Ach so, ja, ja. F-Haken, F-Grade, F-Aufwärtshaken. Ja, das ist immer, wenn das aufblinkt, ne? Ja, eben. Also von daher, die Trefferzone ihres Schusses, Arm, Kopf, Bein, bestimmt, welche Art von Angriff sie starten können. Ah. F-Haken, F-Knie, F-Schwinger. Sie können mit einem Haken oder Drehtritt bei Shiva beginnen und ihn mit weiteren Angriffen kombinieren. Wechseln Sie zwischen den verschiedenen Angriffen und kombinieren Sie bis zu drei davon in Folge. Oh. Also F, F, F. F, F, F. F, 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 F. F, F. Da probiere es am besten erst gar nicht aus. Ach so, ich dachte, bei mir aus oder sowas, wolltest du jetzt gerade sagen. Ach so, nein. Ihr, was haben die da verbrannt? Na, ist ein Huhn! Ah, hallo! Ein Huhn, das in der Treppe hängt. Hallo, Hühnchen! Na, du kleines... Ich habe ein Ei mitgenommen. Ein braunes Ei. Schön. Oh, das können wir uns ein Stück machen. Das ist was? Das ist Schrot, hier ist Schrotgewehrmonie. Kann ich ja mit euch die Gegner bewerfen. Wo bist du denn? Hier hinten. Hier hinter diesem komischen Ding hier. Oh. Ja. Ach so, pfeif doch mal, damit ich weiß, wie du bist. Wie geht denn das überhaupt? Das frage ich dir nicht. Toll! Denn eigentlich soll das Verhöhnen sein. Was? Ja, ja, come on. Mit X geht das. Ach so. Aber da macht der nur come on. Bei X? Ja. Nein, ich pfeife. Wo die ist es? Come on, come on. Ach, hier ist Sprunghilfe. Ach, nur come on, come on. Ja, erstmal looten. Come on, come on. Let's go on. Ey. Das kriegt man gar nichts raus. Was ist denn mit mir nachkommen? Ich dachte, da... Kriegt man da noch irgendwas Schönes oder sowas? Aber nein. Wir machen einem alles kaputt. Das rechts ist bestimmt, dass wir hier was kaputt machen. So, wo willst du hoch? Links oder rechts? Hier, hier, hier. Ohi. Oh, oh. Oh. Oh, ne Küste. Toll, dass ich da nie hin kann. Tafel des Schamanen. Rot, 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 rot. Ich bleib hier oben. Ja, natürlich kommen die jetzt alle. Geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hab ich noch ne Granate? Ah! How could someone do this to them? Hä? Achso, ich hab aber noch was. Das bist du. Ja, klar. Also, jetzt reicht's aber. Ich will den Nachkampf ausprobieren. Los. Aber sowas von will ich jetzt hier mehrfach F drücken. Oh, Schoße. Na, die haben hier, äh, jetzt sind die auch noch gepanzert hier. Achso, ja. Die haben jetzt auch noch gepanzert. Ich schlag nicht nach, geh weg. Du dumme Nuss. Da muss ich, glaub ich, erst mal mit aufmachen. Oh, ich will die Schrot haben, ey. Oh, jetzt hat er gerade den Maul aufgemacht. Den Maul auf. Ja. Ja. Ach, verdammt, das macht er immer nur ganz kurz. So. Das war... Das fiege ich immer noch nie. Oh, Gott sei Dank. Okay. Okay, ich hätte jetzt ganz gerne den Nachkampf ausprobiert, aber das war mir zu heikel bei den komischen Teilen, ne? Wieso glän... Ah. Achso, nein, 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 nicht schießen. Wieso nicht? Munitionsverschwendung. Hätte so... Achso, alles klar. Alles? Ja, da kommst du immer im Nahkampf dran. Okay. Wollen wir das Huhn mal töten? Nein. Lauf, wir töten das Huhn. Nein. Hauf! Da ist kein Huhn bei mir. Bei mir ist kein Huhn. Nee, hier ist kein Huhn. Lauf, Huhn! Oh, nein, wie brutal! Ach, das hat gar keinen Loot. Warum? Ja, das hat gar keinen Loot. Warum tust du das? Das ist ein hame Tier. Ja, Mittagessen. Einmal Chicken Nuggets, oder was? Ja, genau. Können wir eigentlich mehrere Sachen einsammeln, oder müssen wir jetzt Einzelne zurückbringen? Ja, das ist ein Neere. Das ist ein Neere, das ist aber, ne? Ja, obwohl, der blinkt dahinten. Wir fahren, wir fahren das noch zu gut. Nicht, dass wir nachher das nicht mitnehmen können, dann machen wir ihn ganz gut. Das fahren wir lieber jetzt hin. Ja, besser ist, glaube ich. Ähm... Oh, wo ist der Anleger da? So, einsetzen. Dann kann ich gleich hierbleiben. Wie hierbleiben? Nein, hier am Boot. Ich muss da nicht mitlaufen. Ja, lass mich halt alleine gehen. Ja, mach ich drauf. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala. Wie kommen wir denn hier rein? Ich weiß nicht, hier, ähm, hier ran. Ah, hier können wir hier anlegen. Ja, ja, genau, da anlegen. Alles klar. Okay. Wir müssen ins Wasser. Ein bisschen. Ich will nicht ins Wasser. Ich höre Musik, warum? Wo ist hier jemand? Wo bist du? Äh, ich stehe noch hier in der Treppe. Kommst du mal, witzig? Ich will hier nicht rein. Hier gibt es Krokodile und Nilpferde. Nein, Nilpferde. Da, hinter dir ein Krokodil. Weißt du? Nein, gibt es nicht. Das ist echt ein Krokodil. Na klar, was denkst du denn? Ihr Partner ist tot. Wie ist der? Es ist Afrika, ja? Da gibt es natürlich sowas nicht im Wasser. Nein, da gibt es nur aufblasbare... Ein braunes Ei. Es ist mehr als ein normales Ei wert. 500 Dollar kriege ich für das Ei. Was? Ich verkaufe das Ei. Im Ernst? Ja. Ist doch nicht wahr. Einen braunen Käfer verkaufe ich auch. Stimmt, einen braunen Käfer hatte ich ja auch gefunden. Jetzt bist du nicht... Warum verkaufst du denn jetzt? Hä? Weil der... Menno... Menno... Lass mich! Ah, gut. Ja, jetzt bist du nicht bereit, oder was? Nö. Ich wollte noch ein erstes Hilfespelkauf rein. Elektroschockgerät. Können wir kaufen. So, okay. Jetzt bin ich aber fertig. Okay, ich nehme noch das mit. Okay. Aufnahme läuft auch noch. Oh Gott sei Dank. Sehr gut. Meine auch. Oh, das ärgert mich so. Das ärgert mich so. So, was machen wir jetzt hier mit denen? Weiß ich nicht. Ablenken? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich versuche mal zu triggern. Vor allem, wir können ja uns nicht schnell bewegen. Ja. Doch, ich kann sprinten. Doch, wir können sprinten im Wasser. Ja, aber die tauchen ganz plötzlich da. Ja, ja. Aber du kannst drumherum. Sicher? Ja, ich bin doch gerade vorbeigelaufen. Der kommt aber direkt hinter dir her. Ja, ja. Guten Tag. Da bin ich durch hin. Boah, geh weg. Hier ist eine Leiter. Ich bin raus. Boah. Oh mein Gott. Boah. Hutscht der da durchs Filz, ey. Uff, Mann. Okay, hier noch ein weißes Ei. Mal gucken, was das wert ist. Keine Brandgranate. Die möchte ich nicht. Ich höre doch hier noch irgendwas. Ich höre doch hier noch irgendwas. Ja, ich glaube auch. Hier ist nochmal Pistolen, Munition. Brauchst du? Ja, ich bin voll. Ach, du bist voll. Nein, nein, ich bin nicht. Ich kann dir jetzt so mit was geben. Ja. Weil ich das Ei dabei habe. Ja. Wer so gierig ist, ne? Ich möchte halt Bacon essen heute. Ja, ja. Du willst das alle verkaufen, das Ei. Du willst das Ei von dir verkaufen. Erst das braune und dann das weiße. Achso, hier kommen wir her. Hä? Ja, das heißt, wir müssen nochmal... Wir müssen jetzt zurück. Ach ja, stimmt. Wir haben ja das Ding. Das Teil habe ich. Ja. Wo da unten sind Krokodile. Ja, komm, schau sie an. Hans, du zehrst. Ja, okay. Schmackhaftes Muskelfleisch. Da ist noch ein Rubin. Wo ist ein Rubin? An der linken Seite von dem Ausgang da. Ich konnte nicht schnell genug F drucken. So, ich bin durch. Hast du ihn? Ja. Doch, sehr gut. Oh mein Gott. Jetzt noch Leben zurückkommen. Jetzt noch Leben zurückkommen. Ah. Haut ab. Das muss man erstmal können. Im Wasser Krokodilen davonlaufen. Oh, wie realistisch. Sehr gut. So. Wow. So, dann setzen wir das jetzt rein. Moment, meppet die Map. Oh. Dann beenden wir das. Das letzte Teil holen wir in der nächsten Folge. Weil der Rainbird hat, ihr ahnt es schon, Hunger. Ich wollte mal wieder nichts gegessen. Hui. Alles klar. Los. So, jetzt ist es Nummer eins. Eine Tafel noch. Aber Kontrollpunkt wurde erreicht. Dann würde ich sagen, wir danken euch fürs Zusehen. Und hoffen, ihr hattet viel Freude, Freunde. Du bist zum nächsten Mal. Resident Evil. Der Lizzy. Macht's gut. Tschüss. Alles Liebe. Tschüss. Wir sind цbeizig. Äh. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020